Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie waren als Austauschülerin in den USA. Was haben Sie für ein Verhältnis zu diesem Land? Wir müssen es aufbauen! Wir müssen es aufbauen! Berufen Sie in Ihrer Broschüre zum gewaltsamen Sturz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf. Das würde ich so nicht sehen. Lieben Sie meine Tochter? Unsere Liebe hat ihre eigenen Gesetze. Ihr bekanntet Kind? Das muss man unbedingt neu herausbringen. Das nationale Deutschland aber sollte seine Aufgabe darin sehen, Vespa zu unterstützen. Das ist von dir? Der alte Vespa, der wusste es nicht besser! Aber du! Du hast ja alles durchschaut und trotzdem mitgemacht! Du hast überhaupt alles in deinem Leben nur halb gemacht! Gut, Rutsch. Du kannst es doch besser machen. Reden ohne handeln geht nicht. Warum jetzt? Weil wir was gecheckt haben. Es gibt täglich neue Demonstrationsverbote. Willkürliche Verhaftungen, zahlreiche Schwerverletzte und ein Toter. Die haben in die Menge geschossen. Die schießen auf hilflose Leute. Sag mal, warum musst du eigentlich deine scheißmoralische Überlegenheit immer vor dir ertragen? Ich komme gerade aus dem Knast, verstehst du? Und da labert man nicht vom Widerstand. Da gibt's was auf die Fresse. Du fickst lieber die anderen. Das ist genau der Punkt, wo es politisch wird. Sag mal, hast du keinen anderen zum Ficken gefunden? Gut, Ron, ich brauch dich. Ich schaff das nicht alleine. Wir müssen unser Potenzial woanders suchen. Bei denen, die diese Gesellschaft krank gemacht hat. Und aus ihrer Krankheit müssen wir eine Waffe machen. Und jetzt? Wir machen weiter. Nein, wir machen nicht weiter. Lass es uns besser machen. Besser als alles, was war und was kommt.